Asra'el sagt, es gibt eine Möglichkeit, die Seelenenergie wieder in seine Kammer umzuleiten. Ich würde sagen, lass ihn verrotten. 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 Das war's. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute! Das war's für heute. 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 Okay. 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 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8. Reiter, ich entdeckte dich. Ich hätte niemals gedacht, dass du meine Rettung sein würdest. Bereile dich, bevor Strager von deiner Ankunft erfährt. Als ich dich fand, sagtest du, das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Ich habe diese Worte schon mal gehört. Abaddon hat das Gleiche gesagt, kurz bevor er starb. Ich habe diese Worte schon mal gehört. Die Strahlen. Leite die Strahlen um. Bitte, lass mich. Die Strahlen. Leite die Strahlen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Strahlen. Leite die Strahlen. Leite die Strahlen. 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 Leite die Strahlen. Leite die Strahlen.